Hast du einen Tick? Bilder gerade hängen in den Hotelzimmer, das geht gar nicht. Ich kann nicht schlafen, wenn die Bilder nicht gerade hängen. Wenn ich in ein Hotelzimmer komme, verbringe ich sicher schon mal eine halbe Stunde damit, Sachen umzuräumen und Werbeprospekt irgendwo in einem Schubladen zu tun oder meine Sachen irgendwie aufzutischen. Und das Dümmste ist ja, wenn du auf einem Kreuzfahrtschiff bist und dann dort die Cheiben ja angenagelt ziehen, oder? Und dann hat dort wirklich einen falsch genagelt. Ich meine, das geht gar nicht. Es gibt doch überall Wasserwagen auf dieser Welt. Ich habe gerne Kontrolle an der Fernbedienung. Ich habe so einen Lippenpomade-Splen. Ich kann nicht gerne trocknige Lippen und ich bin die ganze Zeit am Lippenpomaden hinzuschmieren. Ich bin sehr ordentlich, also wirklich so ein bisschen mühsam. Ich bin ein bisschen ein Munk. Also ich habe wirklich gerne Sauber und ich hasse es, wenn Sachen im Schützstein stehen, wenn man da verschiedene Geschirrwaschverschirren dabei hat und es einfach nur schnell einräumen muss.